Multilingual Deutsch Schnell und einfach Die Farben Rot Grün Gelb Und jetzt du! Welche Farbe ist das? Rot Und weiter Blau Blau Grün Gelb Gelb Rot Und jetzt du! Welche Farbe ist das? Grün Grün Blau Blau Schwarz Rot Rot Gelb Grün Und jetzt du! Welche Farbe ist das? Gelb Einmal noch Grau Grau Blau Blau Grün Grün Schwarz 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 Welche Farbe ist das? Blau War doch gar nicht schwer! Blau Grün Grau Gelb Rot Schwarz Welche Farbe hat sein T-Shirt? Welche Farbe hat sein T-Shirt? Sein T-Shirt ist gelb Sein T-Shirt ist gelb Sein T-Shirt ist gelb Gelb Welche Farbe haben Ihre Schuhe? Ihre Schuhe sind rot. Ihre Schuhe sind rot. Welche Farbe haben seine Augen? Seine Augen sind grün. Seine Augen sind grün. Welche Farbe haben seine Federn? Seine Federn sind blau. Seine Federn sind blau. Blau Weiß Lila Lila Gelb Gelb Und jetzt du. Welche Farbe ist das? Weiß 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 Sehr gut! Braun Braun Grün Gelb Rosa Und jetzt du! Blu Welche Farbe ist das? Braun Blau Schwarz Rot Gelb Grün Und jetzt du! Welche Farbe ist das? Gelb Einmal noch Grau Lila Rosa Schwarz Welche Farbe ist das? Grau Toll! War doch gar nicht schwer! Weiß Lila Braun Rosa Gelb Schwarz Welche Farbe hat seine Jacke? Welche Farbe hat seine Jacke? Welche Farbe hat seine Jacke? Seine Jacke? Seine Jacke ist grau. Seine Jacke ist grau. Grau Grau Welche Farbe haben seine Augen? Seine Augen sind braun. Braun. Welche Farbe haben ihre Haare? Welche Farbe haben ihre Haare? Ihre Haare sind blond. Ihre Haare sind blond. Ihre Haare sind blond. 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 Welche Farbe hat sein Helm? Welche Farbe hat sein Helm? Sein Helm ist orange. Sein Helm ist orange. Orange. Sein Helm ist orange. 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 Welche Farbe hat ihre Bluse? Welche Farbe hat ihre Bluse? Ihre Bluse ist weiß. 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 Ihre Bluse ist weiß. 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 Aus. Wiriß. Weiß. Wenn dir das Video gefallen, dann abonniere doch unseren Kanal. Klick einfach auf unser Logo. Hier. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.